Hallo und willkommen zurück bei 7 Days to Tie. Let's play together mit der Tibra und mir, dem André in 20 Uhr landen. Grüß euch. Grüß euch. Hallo Tibra. Hallo. Ja, ich hätte jetzt Vortragskräfte angesagt, ich weiß aber nicht warum. Ja, gestern war Vortragskräfte ein Programm. Ja, es regnet in Strömen und ich will noch den Fertilizer einbringen, bevor wir auf dem Weg zum Händler sind. Wir haben beschlossen, wir müssen zum Händler. Ja, wenn wir einerseits die Quest noch im Ofen haben, das geht ja mal gar nicht. Vor allem, wenn wir nicht wissen, ob nicht danach noch eine Quest kommt. Ja. Und, weil wir jede Menge Zeug haben, doppelt und so, was wir eigentlich verkaufen könnten. Warte mal, da sind Hunde draußen. Ja, der Hundertag. Ach du Kacke, wir haben Hundertag. Haben wir am Vortag in der Aufnahme noch gesagt, hoffentlich vergessen wir es nicht. Ja stimmt. Und deswegen habe ich mir das Nächten eine Blander-Bass gebaut. Wie viel Schuss hast du? Einen. Nein, ich muss nur kurz nachsehen. Ich habe 24 Schuss. Ja, da geht was. Also das ist ein ganzer Hundemalter. Aber du weißt, du musst nachladen, ja, nach jedem Schuss. Ja, und ziehen. Also grinst sie nicht an, wenn sie zu fünft kommen und bleib stehen, sondern lauf. So, du bist bei deinen Kartoffeln, oder? Da unten, ja. Ja. Okay. Laufen wir jetzt zum gleichen Händler und riskieren wir es, dass einer seine Quest nicht erfüllen kann? Oder lauf mal jeder zu dem Händler, der uns eingezeichnet wurde. Tibra hat nämlich ihren in Nordosten. Ich habe ihn im Südwesten, den wir am Tag 1 gesehen haben. Aha. Wir... Ich würde sagen, wir ähm... Wir riskieren es. Ich lauf halt dann mit dir mit. Und da bauen sich schon wieder irgendwo Hunde ein. Diese Schweine. Ja. Die sind ja nur... Die Blunderpass ist gefüllt. Die Woodlock Spikes neidig. Ja, vermutlich. Weil sie nicht so schön bauen können wie wir. Mhm. Jetzt knappen sie alles an. Doofen Tülen. So, ich bin hier unten. Ich werde mich mit meiner Violetten Keule... Ich komme schon. ...erwehren. Die Blunderpass. Den letzten da bauen, ja. Und den da tun wir auch weg. Und den da tun wir auch weg. Gehen wir auf Nummer sicher. Okay. Wohin? Ja, mal Richtung Süden, dass wir rauskommen aus der Stadt. Richtung deinem Trader, also deinem Händler. Oder zu deinem. Mir ist egal. Ich bin genau in der entgegengesetzten Richtung. Ja, wir können zu deinem auch laufen, aber dann musst du den Weg vorgeben. Okay. Was mir recht ist, weil dann zielst du nämlich nicht ständig in meinen Rücken. Und du löst deinen flotter Schreck aus und... Nee, wir müssen um die Stadt herum nach Norden. Und ich habe die Bleikugeln im Arsch. Ups. Im Schrot. Was ist? Wir müssen nach Norden. Hier. Ja, ist okay. Ja, ich habe mir gedacht, du siehst einen Hund oder so. Ich habe... Ich kann dich beruhigen. Ich habe keine Brillen drauf. Ah ja, okay. Na dann. Also jetzt bin ich schwer beruhigt. Hund. Ja. Im Anschlag. Wo? Ich sehe ihn. Ja, das mit dem Nachladen ist so eine Sache. Nein, der hat dich aber jetzt nicht. Hm? Ach, du Kacke. Mhm. Na ja, kommt zu mir. Ja, komm her, Tölle. Wir spielen jetzt. Komm her. Ach, ich schlag dir auf den Kopf, du Sonne. Ja, ja. Siegst, eine violette Keule beim zweiten Schlag und du liegst da. Oh, da ist noch wo einer. Heute ist Hundertag. Habe ich dich schon daran erinnern? Ein Zombie. Okay, ein Zombie. Gut, ähm, ich bin schon wieder hier. Oh, fuck, das werden ich noch mehr da. Okay. No. Siegst hier oben. Oh, fuck. Was? Was? Na, die. Krankenschwester da. Okay. Nummer 1 erledigt. Meinst du Hund oder Zombie? Äh, Zombie. Und den Hund sowieso, den habe ich schon vorher. Okay. Weil mittlerweile da noch Zombies dazu bekommen. Na dann. Man will mich ja prüfen, ne? Das ist ja nicht so. Okay. Oh, scheiße. Ich bin schon wieder Hunter. Es gibt ja alles nicht. Wo bist du? Ja, ich bei dir. Ich passe da auf, dass dein Rucksack nichts passiert. Also da. Mein Rucksack liegt da vorne. Ja, schon. Ja, ich seh dich. Das ist top. Oh, das war für mir Woodframes, dass ich da runterkomme. Wo sind sie? So. Ohne Brillen ist es gar nicht so easy. Ich sag das, wenn ihr nerfen. Schön. Was heißt schön? Aber das ist dein Rucksack nicht meine. Hm. Hm. So, dann ab zu dem einen Hund, den ich da erlegt habe. Schwuppstiwupps. Ja, ich bin schon wieder da. Mein Rucksack ist da vorne. So, und jetzt stechen wir dann direkt in die Wildnis rein und laufen, wenn wir ein Stück weg sind von der Stadt erst dann entlang. Weiter. Okay. Weil umso länger, was du an dem Stadtrand bewegst, umso sicherer kreuzt du irgendeinen Hund. Okay. Liegt da noch die Leiche von dem einen, was du erschossen hast? Nein. Ist weg. Gut, dann. Wobei, ich denke mir, dass er nicht tot war. Ja, dann war das ETH, den ich vielleicht vorher. Nimm mir noch meine Axt raus. Das heißt, der hat den ersten Schuss überlebt von der Blander Pass oder was? Das finde ich nicht so toll. Ja, das ist unser Schwierigkeitsgrad auch. Ja, zu Beginn ist es wirklich hart mit den Zweitychsten. Ja, die Waffen sind nur einfach Scheiße, die man hat. Oder Pisch-Eyden. Das ist so schön. Die halten jetzt da direkt drauf. Oder noch ein Stück. Oder noch ein Stück. Oder was? Ja, oder noch ein Stück weg. Nein, nein, das geht schon. Das geht schon. Wandern bewegen sie sich irgendwo in der Umgebung der ersten Häuser oder mittendrin. So, ich sehe dich vor mir und ich folge dir. Ja. Na, bin ich dämlich? Na. Da. Na dann, Vollgas. Du bist hinter mir? Ja, ja, ja. Ich sehe dich aus grünem Pfeil. Und vor mir bist du. Okay. Ich laufe noch, glaube ich, mittlerweile ein bisschen schneller als du. Darum halt immer ein wenig Abstand. Okay. Aber das ist Tyrannus-Saurus schon drin. Ah, ich glaube, das fehlt mir noch. Kommt vorher. Ich hole langsam auf. Okay. Ups, Sasa. Ihr solltet dann gleich der Trader sein. Oh, Zombie von links. Ja, da waren mehr Zombies. Okay, aber ein Schneebeum, ehrlich gesagt, will ich nicht. Also, ich hoffe, es geht jetzt nicht noch weiter. Nein, das ist... Da gehe ich mit der Ausrüstung nicht hin. Das muss da gleich sein, in der Nähe. Mhm. Da hinten sind ein paar Zelte und Häuser. Ja, der Trader ist ein eingezäunter Bereich. Er müsste da doch gleich sein. Ja. Da wird mir schon ganz groß angezeigt. Okay. Ja, alle Schneezombies. Ich liebe sie. Sind da welche? Ja, sicher. Beim Zeltlager. Ja, beim Zeltlager war einer. Okay. Oh, da sind voll viele Holtstämme. Da, ich bin schon da. Ich bin schon da. Okay. Beim Trader. Ah ja. Sehen. Wo kommt man da denn rein? Eingangstüre. Immer die Eingangstüre. Bist du da? Ja, ja, ich komm. Da bin ich. Warte, einen Moment. Nehmt ihr noch das Vogelnest mit, so. Kann man da zu machen, leicht? Ja. Oh, das ist ja geil. Oh, ist das super. Oh, die Tür will ja. Das ist cool. Ja, genau. Ja, cool. Schaut das geil aus. Ist das super. Ja. Sehr schön. Na, cool. Du, warum fahren wir das nicht mit diesen Holzstämmen? Ah, was hat der da aus? Kann man da runterfahren? Ja, da sind keine. Hm, da ist nichts angebracht. Geh nicht. Okay. Und da. Soll ich den Sessler einpacken? Ah, da kann man Essen kaufen oder so. Okay. Ja, klar. Das wird sich, glaube ich, niemand beschweren, wenn wir das mitnehmen. Hallo. Was heißt, hallo? Gibt es da jemanden? Wow, da steht einer. Ja, da steht einer. Ich wusste, ah, ist das cool. Was kann man denn da alles kaufen? Okay. Iron Rainforest Club bin ich eigentlich nicht. Wir haben eh einiges. Ah, Leatherboot-Schematik gibt's. Kannst du das schon? Leather... Was man da alles mitgehen lassen kann. Und die verkaufe ich? Das ist die Frage. L... Ah... Ah... Oh, diese Tocons, Casino-Tocons, sind die Währung. Die Casino-Tocons sind jetzt die Währung. Ja. Von die haben aber eher schon einige. Sehr fein. Okay, ich hab 355. Ich steig einmal aus und rede... Red du mit ihm. Schauen wir, was wir zusammenkriegen. Mushroom Spores. Bist du bitte. Oben? Ja. Ja. Ich kann's nur nicht aufnehmen, ich bin komplett voll. Ich bin in dieser Cardbox, die da steht. Okay. Magic Mushrooms, cool. So, und wie verkaufe ich? Ah, du blickst es in deinem Inventar an und so... Ah ja, Sell. Sell, okay. Und die Info war, wir sollen die Dollars einzeln verkaufen, gell? Ja, irgendwie so, dass man mehr dafür kriegt. Oh ja, wow. Ey, das gibt ja richtig was hier. Ähm... Wo hast du das gesehen? Was? Die Mushroom-Dinger. In der Cardbox, in der Kartonschachtel. Ah, okay. Die war ja, glaub ich... Ah ja, der. Oh, ich hab ihn ausgenommen, glaube ich. Kann sich nix mehr leisten. Okay. Okay. Und dann müssen wir ihm was abkaufen. Dann wird's ein restliches Zeug, dann, glaub ich, drücken. Oh, aber günstig ist's auch nicht grad. Puh. Was, 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 was würde dich denn ansprechen? Ne, die Läder putzschmatig sind immer gut. Was kosten die? Ähm, 742. Okay, ich hab 355. Äh, ich hab nur 156. Ach, die wird mir da aber auch nicht gekauft. Ach doch, die hat er jetzt noch gekauft. Ich hab, äh, 355, wenn du sie brauchst. Ich verscherwel den einmal, das kann... Na, der kann eh nur kaufen. Das war nur irgendwas, dürfte der nicht wollen haben. Hm. Aber die Taschenlampe will er nicht kaufen, oder? Ich hab ihm einen verkauft. Ich glaube, er kauft überall nur eine einzelne Steine. Du kannst ihm nicht drei hintereinander, oder so. Mhm. So, das verkaufen wir auch komplett. Aber... Da ist Eisen und Gläser drin, in der Bar. Willst du das mitnehmen? Ich nehm's mit. Ich will's schon abtrinken, wenn er's braucht. Mhm. Wenn er nix sagt, dann hat er's für uns hingelückt. Okay. Good luck with that. Ja, danke. So. Ich hab die Leatherputzschematik gekauft und gelernt. Ah, okay. Ah, Potassium. Oh, Kacke, man kann da nicht zu ihm rein. Wird interessiert, was er da in dem Gans hieft drin ist. Genau. Und er hat da eine Falltür. Da geht's nur noch unten. Hm. Der hat da einen Keller. Ach, diese scheiß Rettelmaschinen. Laufen wir zu deinem Trader, oder? Hast du ja oben alles ausgenommen? Nein, hab ich nicht. Nur genommen das eine. Ich bin human. Ja, ist recht. Bei denen seine Preise tut leid. So. Okay. Okay. Außerdem ist beschwert er sich ja nicht. Das ist alles zur freien Entnahme. Okay. Oh. Wir wirken anscheinend vertrauenswürdig. Ja, das sind wir auch. Stimmt. Okay. Okay, was gibt die Kasse her? Gar nichts. Hast du jetzt den Sessel eingepackt? Mhm. Der vor dem Haus. Ja. Ja. Okay. Der ist so hässlich. Der verkaufen wir immer mal einen neuen. Genau. Wobei, ich hab die alle gescrappt. Und zusammenräumen könnte, was bei dem Müllsäcke herumliegen. Hm. Ja, das wäre uncool. Das schaut so aus. Das muss mit dem direkten Winkel zusammenräumen. So, V-Steu. Sind keine Quali drin. Oh, man kann bei den Türmen hinaufgehen. Oh, ein Burning Barrel. Okay, ich geh. Man kann bei den Türmen hinaufgehen. Ja, ich hab' ich schon gesehen. Ich war noch nicht oben. Wir haben ja gleich reingegangen sind bei ihm. Ich hab' schon gesehen, dass es da rauf geht. Ups. Also, Burning Barrel, das... Mhm. Ja, sehr cool. Ist nicht so richtig vertrauenswürdig. Wirklich coole Anlage. Ja. Wow. 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 Eine Munitionsbox. So auf den anderen Turm? Ja. Ja. Auf einen der vier, glaube ich, weil wir auf jedem Eckpunkt sind. Also, das zahlt sich, glaube ich, aus. Ein Trader-Blendern. Hä? Angeblich haben sie ja im Keller dann die besten Materialien. Da war dieses Keffler-Material drinnen. Okay. Gleich mitgenommen. Du, das kann mir da ja rosten, nicht herumliegen lassen. Das verkommt. Nein, das ist... Das geht gar nicht. Und in meiner Tasche ist es gut aufgehoben. Da kommt es nicht weg. Und wenn er es braucht, dann braucht er es nur sagen. Dann bringen wir es ihm wieder. Ja, natürlich. Er wird sich sofort bei uns melden, wenn es dringend wird. Ja, aber der hat es sicher verloren und ich schiebe es ihm auf. Oh mein Gott. So, na dann. Und da wieder. Da raus. Mit mir in Orientierungssinn. Hm? Ach so. Nicht schau, dass ich nicht abstütze. Du, es ist, ähm... Fast zwölf. Ich würde sagen, ähm... Wir machen hier einen Cut und laufen dann weiter zu deinem Trader, oder? Mhm. Ich schaue nur kurz, ob die Quest gezählt hat. Locate Trader. Nein, ich glaube, ich muss zum anderen. Okay. Mhm. Bei dir hat es gezählt, oder? Ja, bei mir hat es gezählt. Ich schaue... Hast du was machen müssen? Nur mit ihm reden, oder... Nur mit ihm reden. Okay. Äh, Kaffee. Golden Rot Tea kostet 34 von einem Token. Fünf Stück sind... Oder ein Stück kriegt er da? Na, für das gebe ich es nicht aus. Das kann man selber bauen. Chicken Soup, Can of... Oh, Can of Pasta, Be here. Was sagt er? Alles mögliche. Wow, die hat violette Sachen. Beim Gewand. Hopp Seed, Hopfensaat. Oh, die hat er da neu. 729. Ja, also, wie gesagt, günstig ist er auch nicht. Ja, so, gut, du hast gesagt, wir müssen... Wir müssen schon, gell. Also, wenn es euch gefallen hat, schaltet es am nächsten Tag wieder ein. Dann geht es genau nahtlos hier weiter. Bei 7 Days to Die, Let's Play und Let's Die together mit der Tibra und dem Anduin. Bis dahin, Happy Gaming. Ciao. Ciao. Vielen Dank.